Zapf, moin Leute, Wano, wir haben Start und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 mit dem lieben O'Herr. Du stinkst. Danke, deine Füße auch. Ich brich nicht meine Füße an. Achso, da lang geht's ja. Kommt, putt, putt, putt. Du hast ja in den paar Sekunden nicht schon vergessen, wo wir hin müssen, oder? Nee, ich bin ein bisschen nur zu weit gelaufen. Alles, alles, alles gut. Wir könnten hier theoretisch nochmal einen kurzen Abstecher machen und mal eben Vernichtungskrieg spielen. Vernichtungskrieg, sagt er. Ja. Weißt du auch, totale Vernichtung und so. Oh, hier ist noch einiges. Oh, Party. Was war das jetzt wieder? Haust du die immer so um dann? Weiß ich gar nicht, ich muss es gleich nochmal ausprobieren. Ja, das ist, ah, das ist mein, äh, gleißendes Schild. Das macht anscheinend auch noch ein bisschen Schaden. Basierend auf dem Blockwert, den ich glaube ich hab. Wo geht's denn jetzt hier lang? Kann man den Krater irgendwie größer machen mit M oder was? Äh, ne. Ist das Tab? Ich glaube das ist Tab. Ah ja, Tab. Tab, 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 Tab. Äh, naja dann hier einfach wieder hoch, nach links, da waren wir glaube ich noch nicht. Ja. Komm. Ja. Hetz mich nicht. Alter Mann ist kein D-Zug. Oh, wenn der sich unsichtbar macht, dann hat der keinen Schaden. Ja, ignorier ihn. Voll die gemeine. Guck mal hier unten waren wir nämlich bei der Partyagentur. Richtig gemeines Ocelot. Oh, leckt uns doch. Oh, hier ist auch wieder Sackgasse können hoch. Jetzt kriegst du auf den Sack, Junge. Jetzt geht's los hier. Das ist dafür, dass ihr euch unsichtbar macht. Genau. Scheiß. Ihr Pisser. Wo müssen wir denn jetzt lang? Pfff. Da, Truhe. Piste. Ach, lecklich. Ah, hier, da, links jetzt. Ah, guck mal hier, das kleine Pupswegchen. Mhm. Das muss ja... Ja, guck dir das an, ey. Ja. Guck mal, da ist noch was. Ja, erstmal schön betäub den Typen und da ist er auch schon dauernd neu. Wow, wo kommt der denn jetzt her? Oh, da ist noch einer. Hallo, guten Tag. Ja, der... Äh, ich glaub der schien nicht davon begeistert zu sein, dass wir's Glut weggenommen haben. Boah. Sein Pech. Hm, ein wenig Gold und ein neues Hösle. Ne, ein Höschen. Ne, war nur ein Gürtel falsch an. Ne, war nur ein Gürtel falsch an. Gut, das haben wir auf jeden Fall das Blut von Kifferboy. Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Gut. Dann gehen wir da mal hin, oder? Das geht noch nicht. Ja, da wissen wir ja, wo lang wir müssen. Hey, hier kommen auch noch mehr Gegner, oder? Kann das sein? Ja, hier jetzt irgendwie wundert's mich. Lass uns einfach da hochgehen, oder? Ja, Pisser, haut doch alle... Kommen die auf einmal her, hier? Keine Ahnung, ich glaub, die haben sich zusammengefunden. In einer kleinen Gemeinschaft. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ne. Sag mal. Oh, Fetty, hallo. Ja, weg mit euch. So, haben wir das auch hinter uns. Sehr gut. Ist so ruhig, ne? Kann das sein? Ja, irgendwie schon. Kommt das daher, dass uns keiner hinterherläuft? Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Ja, dann mach, mach Eier. Hat er doch schon. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Ja, guck mal. Ähm. Toll. Aha. Da wird der Herr der Lügen besiegt sein, sobald wir den schwarzen Seelenstein haben. Gut und schön. Aber zuerst muss ich wieder zusammengesetzt werden. Musst du das? Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Vergesst nur nicht den Euren. Irgendwie habe ich das Gefühl, der verarscht uns noch. Nee, der doch nicht. Das ist doch ein Zyniker, die verarscht noch keinen. Hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Fiolen, die ihr gefunden habt und aktiviert mit ihnen die Relikte. Okay. Wo rein? Moment. Also wir haben zwei... Ahja, die Häuser. Okay. Gut. Was lachst du denn? Guten Tag, ihr Herren. Truhe. Oh, nur toll. Oh. Freunde. Hier ist nichts. Irgendwelcher Schund. Gut, dann geht's hier lang. Hat was blaues aufgesammelt. Wie kannst du nur? Bist ja nicht ich. Stern. Was ist denn hier? Schwarzen Löscher aus dem Boot. Oh, diese Zwerge. Hau ab! Vor allem, die halten übelst viel aus, diese Zwerge. Nein! Wolltest du schon das Buch aufsammeln? Ich hab die Quatsche aufgesammelt. die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Das geht's noch nicht. werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. Ich renne einfach nur durch. Ja. Hm. Was ich faszinierend finde, ist, die Typen mit Schild, äh, die halten auch den ersten AOE-Schaden ab, die Schilde. Okay. Oh, wir haben hier... Das hab ich ja gar nicht gemerkt. Oh, oh. Ich muss auch mal kurz hier irgendwie... Alter! Die Dinger gehen schon ab, wa? Ja, das ist jetzt noch etwas nicht mehr so mega easy. Hab Freunde gefunden. Noch ein bisschen mit. Oh, so ein bisschen Action kann nicht schaden. Ja, kommt her, Leute. Doch, was gäbe es? Meine! Ja, schön, 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 schön. Oh, das hat sich gelohnt. Schultern. Hm. Diese grünen Spinnen sind um mir. Also es haste ekelängste. Ja, so schlimm nicht, aber irgendwie komisch. Sammeln doch mal das blaue Zeug auf, du dummer Kunde. Nichts. Wenigstens einer muss es ja tun bei uns. Kommt irgendwie nix mehr. Ach, guck mal. Wir sind alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Aber glaubt ihr wirklich, dass Belial und Asmodan diese Vorfälle geplant haben könnten? Wenn ihr etwas zu sagen habt, Kull, dann raus damit. Oh ne, schon wieder so ein kleines Portal, wo die Windspiele rauskommen und weg damit. Hat der jetzt nicht da jetzt... Was macht der da gerade jetzt, der Typ? Was ist welcher Typ? Na, ja, Kifferdude. Ach, Sultan Kull, meinste? Ja, der steht da jetzt in diesem Kreis und ähm... Ja, der hat ein bisschen gequatscht. Ach so, der ist wieder verschwunden, alles klar. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Ah, hier kommen wir wieder zurück. Schau mal. Ja, aber wir müssen da erst noch was holen. Was? Dann müssen wir nicht irgendwie so eine komische Viole... Äh, Schattenschloss der fremden Tiefen geöffnet. Aber ich glaube, wir müssen in dieses andere Ding rein. Ja, dann, okay, dann machen wir das einfach mal. Wir sind gerade die Hallen des Sturms und die Hallen des Sturms geöffnet haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir dieses Schattenschloss der fremden Tiefen öffnen. Mein, mein, mein. Ich denke mal, das dürfte das andere sein. Und Lea steht hier rum und ähm, hält den Daumen raus. Ja, besser als wenn sie mitkommt und quatscht, oder? Stimmt. Oder willst du es anders haben? Ich mag immer anders. Was? Zu, too much details. Der hat sich ja schön in Eis aufgelöst. Hau tot! Ach. Ist aber wieder dasselbe mit den Dingern, ne? Ah, ich hab echt... Jetzt geht's mir langsam auf den Keks. Ich schmeiß jetzt raus. Was? Ist das alles Schnulli? Oh Gott, ich hab auch einen Haufen Scheiß dabei. Also ich verlasse mich jetzt darauf, dass du nur Rotze da raus wirfst. Ich guck mir das jetzt nicht an. Das ist nur Rotze für mich. Ich hab keine Ahnung, was du für Sachen anhast. Aber für mich ist es Rotze. Oh! Ich hab hier was Nettes dabei. Das behalte ich aber. Also die lege ich sogar an, die Waffe. 21% mehr Schaden. Denn... Oh, vor allen Dingen die Macht. Die gibt mir sogar 300 Leben pro getöteten Gegner wieder. Und die ist gesockelt. Alter, was ist jetzt rumliegen an gelben Zeug, ne? Ähm... Waffe, mehr Schaden? Kann ich hier noch irgendwas irgendwo... Dornenschaden, wenn ich das in die Waffe reinstecke. Was ist denn Dornenschaden? Dornenschaden ist zusätzlicher Schaden. 300. Das klingt jetzt erstmal viel. Mama. Keine Ahnung, wie viel das effektiv wirklich bringt. Äh... Okay. Lovie Leck häng ich hier? Hm, tust du das? Du musstest du gleich verschwindest oder so? Ne, das war da in diesem Sandloch in der Sandkasten an der Mitte. Hast du das? Ja, ja, ja. Hetz mich nicht. Ich hetz dich doch nicht. Euer Fleisch ist schwach. Boop, 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 boop. Ja, euer Fleisch ist schwach. Das stimmt. Vor allem die ganzen Skeletten. Ah, deswegen. Das ist ein... Ah, das ist göttliches Licht. Ah. Ich sehe die Verbindung. Du siehst... Was meinst du denn? Das sind alles Skelettviecher hier. Und wenn ich die mit diesem Schild da besprattle, dann sterben die anscheinend alle instant. Aha. Ich werde das jetzt gleich mal demonstrieren. Da drüben. Das müsste ja jetzt hier funktionieren. Naja, zumindest habe ich ihnen das Schild gezogen. Ich renne schon mal weiter. Na, ich hole dich ein. Das habe ich jetzt nicht dran gezweifelt. Wuiiii, wo laufen wir überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Hm, ich glaube das sind euch zwei Championgruppen gewesen. Ja, ist völlig egal. Einfach rein hier. Ich hätte allen Menschen dazu verhelfen können, nev allem zu werden. Und ein tollendes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horatrimbrüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. Oh, hier kommen Leute. Ja, ein paar Spinnen. Irgendwie ist die Waffe, glaube ich, langsamer, als ich es jetzt hier habe. Das ist natürlich irgendwie uncool. Was denn jetzt? Ich weiß doch, langsamer ist meistens... Oh. Die machen Furcht. Ich weiß auch, 4, dot, dot, dot. Drain Life. So. Oh, hier ist so ein Big Boss Dude. Äh, da war... Ein Big Boss Dude. Toter Eisenwolf. Ging jetzt hier nicht irgendwo zurück? Also wir haben das jetzt hier... Sollte eigentlich, äh... An irgendeinem von den Punkten, sollte es zurückgehen. Sollte es hier unten gehen? Oder hast du da oben was gefunden? Ja, da sind bloß ein paar Gegner. Ah ja, hier ist es. Ah, ich sehe es auf der Karte. Ich komme. Oh, es liegt hier noch. Ein Amethyst. Warum nimmt die keiner mit? Ich sage dazu nichts. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ah, schön. So, dann jetzt in die Mitte, oder? Ja. Sieht ganz danach aus. Wie sieht das zeitlich nicht aus? Boah, 15 Minuten. Was ist klar? Kriegen wir noch hin? Eben hier durchzuspraddeln. Achso, der läuft ja auch nur rum. Ja, jetzt kommen diese Suppenviecher hier an, ey. Oh, der Champion. Was ist der Typ denn wie? Ich weiß nicht. Ich werde stärker. Level up. Level up. Also hier ist Schattengefächer ganz viel, aber... Das ist auch so komisches Licht hier drin. Und vor allem komische Geräusche. Meine Liebe vernichten euch. Diese kleinen Viecher auf dem Boden, diese schwarzen Dinger, ne? Ja, die sieht man ja echt nicht, ne? Hm, Topaz, warum hebt ihr denn keiner auf? Hö, hö, hö. Du bist bollt. Ja, komm, irgendwer muss die Scherze noch machen. Ja. Noch nicht bereit. Oh, wie die... Ja, das einzige, was die machen, ist den Weg blockieren und nerven. Oh, volle Kanule. Ist da... Gehen wir jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich nähe hier einfach nur durch. Meine Liebe vernichten euch. Ich brauche mehr Zeit. Oh, ein quadratischer Amethyst. Warum hier? Okay, ich lasse es schon. Ich hau dich. Häusliche Gewalt hier. Diese schwarzen Viecher haben auch kaum was zuzusetzen. Also... Ja, die machen auch nichts. Die nerven nur und blockieren den Weg. Hier geht es nicht weiter. Ja, aber da unten geht es ja auch nicht weiter, ne? Oh, nee. Komplette Sackgasse, oder was? Ja. Wir müssen wieder ganz zurück. Oh, nee. Oh, ja. Halt. Hä? Was? Achso, hier runter. Achso, hier lang. Das sieht man ja auch so schlecht. Ich glaube, das ist so gewollt. Was ist denn hier? Guck mal, hier geht es noch weiter. Oh, ja. Aha, hier oben geht es auch weiter. Das ist ein Wegkreuz hier. Schön. Ah, ich hab... Ah, hier oben ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher als ihr wisst. Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ja, so viel dazu. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich den Kopf sicher verwandt habe, werde ich sie bekommen. Jetzt wird es interessant. Hallo, Marie. Ich habe Kulls Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Der gute alte Kull doch nicht. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Was? Ich wusste, dass es kommt. Es musste jetzt sein. Ja, du lebst. Wäre ja auch langweilig, oder? Ja. Auf, auf und davon. Oh Gott. Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephilim. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ihr seid wahnsinnig, Kol. Gebt mir den Stein, oder ich werde euch verlichten. Boah, ja klar. Cool, cool, cool. Mach dich weg, kleiner Cool. Wieso wusste ich das? Wie im Leben so ein Tod. Das war ja meine Kurzwiedergeburt, würde ich sagen. War es das jetzt? Äh, ja. Das war's. Wir können jetzt in die Mitte gehen und uns den Seelenstein schnappen. In diesem Stein sind nun fünf Herrscher der Hölle gefangen. Das ist euer Werk, Adria. Vor zwanzig Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltun Kulls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kulls Gefäß gezogen werden konnten. Ja. Alter, dieses Hallen. Dafür habe ich alles geopfert. Ja, ja. Das war jetzt irgendwie ein kurzes Leben von Culli, Moli. Äh, wir können jetzt, wir können jetzt entweder zurücklaufen zum Portal oder wir können uns selber eins machen. Wir müssen in die Stadt. Naja, dann gehen wir kurz in die Stadt und dann können wir schön die Folge beenden. So ganz gemütlich. Äh... Wir sind in die Stadt. Ja, verschenktes Lager da unten. Naja. Ja, naja. Damit ist, ähm, die Folge vorbei. Yeah. Müssten wir uns auch Quatsche anhören? Das war beim nächsten Mal würde ich sagen. Ja, beim nächsten Mal hören wir uns die Quatsche an. Äh, dann danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst du mal Härchen da drüben ein Däumchen nach oben da. Naja. Und ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Grüß. Ja. Bis dahin. Tschüss. 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 Ja, es gibt Freundschafts.